Was sprichst du? Ja, kann man da auch filmen. Ja, oft, he? Auch? Ja, das ist doch. Ja, mit dem kannst du filmen. Im Computer kannst du eh... In den Computer einschauen, ja. Und da einsprechen, auf die CD brennen. Du alles dann... Muss auf die CD brennen und dann... Muss nicht. Kann man direkt auf Drucker hingehen, oder? Ja, kannst du ausgedrucken am Drucker. Oder du lässt es dir im PC. Aber ich tue immer sicher, wenn wir auch CD brennen. Ja, ja. Gebet.